Felna live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Felna. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Felna live. Ja und wir starten Felna live heute natürlich mit dem großen Thema des Tages. Und das sind nach wie vor die Flammen, die sogenannte Feuerhölle von Rhodos, von der griechischen Ferieninsel, wo mittlerweile 19.000 Menschen evakuiert wurden. Weil ein Flammenmeer von Westen Richtung Osten sich auf diese Ostküste und die dort befindlichen Hotels zubewegt. Und von Tag zu Tag gefährlicher wird. Der griechische Ministerpräsident hat gesagt, drei Tage wird diese Feuerhölle auf Rhodos noch mindestens andauern. Drei Tage noch Wahnsinnshitze und extrem gefährliche Winde. Und mittendrin als derzeit einziger Reporter Österreichs auf dieser Feuerinsel, könnte man fast sagen, in der sogenannten Feuerhölle. Unser rasender Reporter Mike Vogel. Mike, freut mich Verbindung mit dir zu haben. Hallo. Wunderschönen guten Abend Wolfgang. Hier aus der Feuerhölle auf Rhodos. Ja, Mike, du bist natürlich immer dort, wo es brennt, wie man so schön sagt. Und heute im wahrsten Sinne des Sprichworts, wirklich dort, wo es brennt. Mike, wo bist du gerade? Wie muss man sich das vorstellen? Und wie gefährlich ist die Situation? Ja, ich bin jetzt in Lardos. Das ist ein kleiner Ort an der Ostküste im Landesinneren. Ich bin jetzt circa 20 Kilometer entfernt von der Feuerfront. Ich war jetzt dort, habe mir das angeschaut, habe auch mit vielen Leuten gesprochen. Und es ist wirklich tragisch, was da passiert. Es versuchen alle hier zu helfen, zu löschen. Nicht nur die Feuerwehr, es sind auch internationale Löschhubschrauber und Löschflugzeuge da, die wirklich im Minutentakt große Mengen an Meerwasser, das sie dort aus dem Meer holen, eben dort abwerfen. Aber wie gesagt, der Wind ist extrem stark. Und es ist natürlich irrsinnig schwierig, diese Feuerwalze unter Kontrolle zu bekommen. Aber es wird gemacht, was man machen kann. Das Wichtigste wäre jetzt natürlich noch, dass auch andere Länder da mithelfen und Löschflugzeuge schicken. Da ist auch natürlich das österreichische Bundesheer, wäre da gefragt. Oder auch private Firmen in Österreich, wie die Firma Knaus, die ja weltweit in Löscheinsätzen ist und da sehr viel Erfahrung hat. Und auch das Bundesheer hat ja jetzt einige neue Helikopter. Da wäre es natürlich einfach, wenn die auch hierher kommen würden. Und bei dieser Feuerwalze, bei diesem wirklich Feuerwahnsinn, da die Feuerwehrleute hier vor Ort unterstützen würden. Die Frage, Mike, ist ja, warum kriegen die Griechen das nicht unter Kontrolle? Warum ist es nicht möglich, diese Feuerlinie zumindest einzudämmen? Wie viele Kilometer ist denn diese Feuerfront und wie sehr bewegt sie sich vorwärts? Und gibt es erste Löscherfolge oder wird es in Wahrheit, wie der Ministerpräsident gesagt hat, leider immer dramatischer? Ja, es wird dramatischer. Das Hauptproblem hier sind die starken Winde. Es bläst wirklich dauernd ein starker heißer Wind und der entfacht das Feuer immer wieder. Und dieses Feuer ist ja nicht nur an einer Stelle, sondern auch an mehreren. Und das ist auch an mehreren Stellen ausgebrochen. Und aus dem Grund munkelt man hier, dass es eben Brandstiftung gewesen sein könnte. Aber das sagen auch die Menschen, die hier wohnen, nur hinter vorgehaltener Hand. Und sie trauen sich das nicht so offen zu sagen. Aber es brennt eben mitten im Land, in den Bergen, im umwegsamen Gelände. Es sind natürlich auch kleine Ortschaften, vereinzelt Häuser und Dörfer dort. Und da versucht man natürlich, das Feuer fernzuhalten. Ich habe gesehen, es sind Bagger dort, die schneisen, vor den Häusern hier aufgraben. Es ist jeder, der irgendwie helfen kann, hier dabei und hilft. Ich habe gesehen, Pick-ups mit Wasserkanistern, mit Frischwasser für die Feuerwehrleute. Die LKWs werden umgebaut mit irgendwelchen alten Öltanks, nur dass man eben Wasser drinnen transportieren kann, dass eben die Feuerwehr dann dort wieder auffüllen kann, ihre Tanklöschzüge und dort eben das Feuer bekämpfen kann. Ja, wir sehen also hier jetzt die Bilder, haben wir gesehen, wie du auf dieses Feuer zugefahren bist. Als nächstes wäre ganz nett, man würde uns die Bilder zeigen von der eigentlichen Feuerfront, wie es wirklich brennt. Das ist ja unglaublich heiß dort und es ist unglaublich dramatisch, richtig? Ja, wie gesagt, die Temperaturen laut meinem Autothermometer, da war ich nicht direkt an der Feuerfront, wie ich das gesehen habe, waren 48 Grad. Auch einem Kollegen vom norwegischen Fernsehentau hat sich schon die Kamera deformiert. Es ist ja wirklich extrem schwer, dort zu arbeiten und natürlich auch zu atmen, denn die Luft ist brennheiß, das merkt man auch richtig. Es sind überall diese Brandpartikel in der Luft und da fällt das Atmen schwer. Am einfachsten geht es, so habe ich es auch gemacht, ich habe mir eine FFP2-Maske mitgenommen, die ein bisschen in Wasser getränkt und mir die dann aufgesetzt. Da ist das Atmen dann etwas leichter, aber natürlich, wenn man sich das anschaut, was diese Feuerwehrleute und diese Dorfbewohner vor Ort leisten, wie die vor Ort arbeiten bei diesen extremen Temperaturen, bei dieser schlechten Luft, dann ist das wirklich nur zu honorieren. Es ist ein absoluter Wahnsinn, was die Leute da machen. Wir sehen jetzt die Bilder, wo du, wenn wir das noch einmal sehen dürfen, dieses Bild, bitte, die Bilder, wo du dann ganz nah ans Feuer herangekommen bist. Wir sehen da die Feuerwehrautos und dann, wie du dich zu diesen Flammen vorgearbeitet hast. Hier sehen wir es, da brennt es ja gewaltig. Davor stehen ein paar, nur ein paar wenige Feuerwehrautos. Das heißt, das ist ja ein Inferno eigentlich, Maik, wie wir das jetzt sehen. Und du warst ja da ganz nah, wie muss man sich das vorstellen? Ist es heiß dort? Ist der Rauch beißend? Wie hast du das aus dieser Nähe erlebt? Heiß ist ein Hilfsausdruck. Also wer gerne in die Sauna geht, dem ist da oben zu heiß. Das muss man wirklich sagen. Es ist extreme Hitze. Es ist eben diese extrem schlechte Luft. Ich bin mit langer Hose unterwegs und habe mir auch eine Jacke übergezogen, weil man eben auch Angst haben muss, dass durch diese extremen Temperaturen, dass man sich da Verbrennungen schon durch die Luft zufügen kann. Hast du Angst gehabt, wie du so nah am Feuer warst? Kriegt man da ein bisschen Panik oder war es so, dass man gesehen hat, so schnell marschiert das nicht nach vorne? Ich habe trotz allem einen Sicherheitsabstand eingehalten. Ich habe keine Angst, aber ich habe Respekt auf jeden Fall. Es muss immer der Fluchtweg offen sein. Und wenn man mit den Menschen vor Ort, die das Feuer bekämpfen, spricht, dann erfährt man auch bis hierher nicht weiter. Die helfen eh oder die sagen auch, da geht es nicht mehr weiter. Man bleibt auch mit dem Auto weit genug dahinter, hinter dieser Feuerfront, dass man eben auch immer wieder wegfahren kann, schnell. Man dreht das Auto vorher natürlich um auf diesen engen Straßen, dass, wenn es darauf ankommt, dass man sofort auch flüchten kann. Wir sehen jetzt auf den Bildern, Mike, wie dramatisch es da brennt. Das ist ja wirklich ein Feuerinferno auf Kilometerbreite. Das heißt, dieses Ding ist ja eigentlich nicht zu stoppen, oder? Schwierig. Es ist absolut schwierig. Durch die extremen hohen Temperaturen, durch diese Winde ist es extrem schwierig. Das Einzige, was funktioniert, sind eben diese Löschflugzeuge, diese großen und die Hubschrauber, die ja, wie schon gesagt, im Minutentakt rauffliegen. Nur durch diese Wassermassen kann man versuchen, dass man das Feuer stoppt. Aber auch, wenn man durch das Gebiet fährt, wo es gestern oder vorgestern gebrannt hat, immer wieder lodern kleine Flammen auf bei Baumstümpfen. Da brennt wieder mal ein Baum, obwohl das schon abgelöscht wird. Dann kommen die Dorfbewohner mit Spritzen und versuchen natürlich auch, dieses wieder aufkommende Feuer sofort im Keim zu ersticken. Mike, wir sehen da jetzt auch, da ist ja eine Ortschaft praktisch vom Feuer eingekesselt. Sehen wir auf deinen Bildern. Was hast du denn an diesem ersten Tag alles an Schicksalen erlebt? Da sind ja vermutlich einige Häuser schon dem Erdboden gleichgemacht worden, oder? Ja, absolut. Ich habe einen Mann, der hat mich angesprochen, mit Tränen in den Augen. Ich schätze, der war so 45 Jahre alt, vor einem Ort, wo man gesehen hat, einige Häuser sind da sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Und der hat gesagt, es ist schlimm, wenn man ein Leben lang arbeitet und dann ist alles, was man sich erarbeitet hat, in fünf Minuten weg. Und dieser Mann, ein gestandenes Mannspieler, ein gestandener Grieche, der hatte wirklich Tränen in den Augen. Und wenn man so etwas sieht, dann weiß man, wie es den Menschen hier geht. Aber trotzdem helfen sie noch immer alle zusammen. Aber nicht nur die Griechen vor Ort helfen zusammen, sondern auch die Touristen. Und das ist das Schöne. Ich habe jetzt in einigen sozialen Medienforen da ein bisschen gestöbert. Da gibt es Hilfsaktionen von Urlaubern, da gibt es Hilfsaktionen von Deutschen, die hier wohnen, die dann Elektrolyte sammeln, dass sie Getränke machen können, eben für die Feuerwehrmänner, damit sie eben länger durchhalten und damit sie eben die wichtigen Vitamine und Elektrolyte, die der Körper ja bei diesem heißen Job verbraucht, schnell wieder nachfüllen können im Körper und wieder schnell regenerieren. Mike, du hast ja auch zerstörte Häuser gefilmt, unter anderem ein zerstörtes Restaurant. Vielleicht können wir die Bilder kurz sehen. Mike, erzähl uns einmal kurz, wie viel ist dort bereits zerstört und wie schaut es in den zerstörten Gebieten aus? Ja, also bei dieser netten kleinen Taverne, die kann man nur mehr mit dem Bagger, dem Erdboden gleich machen. Da hat man auch gesehen, heraußen der ganze Vorbau ist nur mehr Schutt und Asche. Man sieht noch Reste von Sesseln, man sieht noch Reste von einem Ventilator dort. Das Einzige, was vielleicht noch zu verwenden ist, ist der Steinbackofen für die Pizza oder für das Fladenbrot. Der war nämlich im rechten Bereich des Restaurants. Aber sonst, wie gesagt, kann man da nichts mehr machen. Und diese Sachen passieren öfter. Man sieht auch immer wieder Häuser, wo ein Auto daneben gestanden ist, was abgebrannt ist. Das Haus hat es einigermaßen überlebt, aber natürlich alles rundherum ist komplett kaputt. Kaputt, abgebrannte Autos, abgebrannte Motorräder. Und wenn man eben durch die Gegend fährt und sich das anschaut, dann weiß man auch, dann sieht man auch, es gibt keinen Strom mehr. Denn die ganzen Strommasten, die ja da quer durch die Landschaft gehen, die sind alle abgebrannt. Ich bin unter hängenden Stromleitungen durchgefahren mit dem Auto. Das ist sich gerade ausgegangen, aber mir hat vorher die Feuerwehr gesagt, die sind abgeschalten, Gott sei Dank. Aber es ist ein Wahnsinn. Überall hängen nur mehr diese Keramikmodule für die Isolierung herum und der Rest ist weg. Der ganze Strommasten ist weg. Und aus dem Grund haben die eben momentan kein Internet, weil sie keinen Strom haben, haben keinen Strom. Teilweise wird aus den Supermärkten, aus den Märkten, das gefrorene Material weggekarrt. Was man noch retten kann, wird gerettet. Die Hotels, es ist alles verschlossen, versperrt. Es gibt keine Klimaanlagen. Das ist natürlich das nächste Problem, weil, wie gesagt, bei Temperaturen um die 40 Grad ist es natürlich dann auch schwierig, in einem Gebäude zu sein, wo es genau diese Temperaturen dann auch im Inneren hat. Ja. Mike, wir sehen da deine Bilder, die du ja da gefilmt hast heute, unglaublich dramatisch, von den zerstörten Autos, den zerstörten Restaurants, den zerstörten Häusern und von diesen riesigen Rauchfahnen. Du hast ja schon gesagt, das große Problem ist der Wind, der fast sturmähnlich ist und der eindeutig von Südwesten her bläst. Du bist jetzt im Nordosten des Brandes, in Langtos, und zwischen der Südwestküste und der Nordostküste, genau da ist das Feuer. Das heißt, das Feuer wird derzeit mit relativ hoher Geschwindigkeit auf dich hingeblasen von diesem sturmähnlichen Wind, richtig? In diese Richtung, aber in diesem Bereich, wo ich jetzt war und wo ich jetzt bin, da hat es ja schon gebrannt. Das heißt, das Feuer hat dort keinen Meerboden mehr. Das ist der große Vorteil, denn wenn schon alle Bäume und alle Gebüsche verbrannt sind, dann brennt dort nichts mehr. Aber der Wind dreht auch immer wieder und das ist natürlich dann auch für die Feuerwehrleute vor Ort die Schwierigkeit, dann wieder weiter zu löschen. Und natürlich, das Wichtigste ist dabei auch für die Bewohner der Orte, die Helfer, die Feuerwehrleute, dass eben die Eigensicherung nicht auf der Strecke bleibt, denn das muss man sagen, Gott sei Dank, es gibt bei dieser riesigen Aktion, bei der 20.000 Touristen evakuiert wurden, der griechische Ministerpräsident hat ja sogar gesagt, das ist die größte Evakuierungsaktion der Geschichte Griechenlands. Und da hat man eben wirklich versucht, dass man alles Menschenmögliche macht und da muss man dazu sagen, und das haben ja auch viele Touristen erzählt, da hat die staatliche Seite etwas versagt, denn wirklich die Evakuierung dann durchgeführt haben, das war dann primär die Hotelmanager mit dem Hotelpersonal, die haben dann geholfen, beziehungsweise die Reiseveranstalter, die Busse geschickt haben, beziehungsweise dann kam auch das Militär dazu, wie mir heute erzählt wurde, die dann auch mit Bussen Leute wegtransportiert haben. Oder die Leute sind per Schiff evakuiert worden, da hat es auch einen Aufruf gegeben, dass man auch die privaten Schiffe bitte dafür nutzen soll, um die Touristen von den Stränden abzuholen und in Sicherheit zu bringen. Mike, abschließend gefragt, wie viele Österreicher sind derzeit noch auf Rotos? Wie viele warten noch auf die Evakuierung? Wie schaut es mit den österreichischen Opfern, die ja alle unverletzt sind, aber teilweise ihr Hab und Gut verloren haben oder in Turnseelen und Ähnlichem untergebracht sind, wie schaut es mit den Österreichern aus? Ja, ich habe mir heute gerade bei der Botschaft, bei einem Botschaftsmitarbeiter erkundigt und der gesagt, es läuft gut, auch der Rücktransport läuft mittlerweile gut. Die Fluglinien sind zwar mit Verspätung da, aber sie bringen die Leute zurück. Wir haben ja in Österreich drei Flughäfen, die da angeflogen werden, soweit ich weiß, das ist Graz, das ist Wien und das ist auch Salzburg. Und wie ich aus Salzburg selber weiß, da gibt es ja Hin- und Herflüge. Also ich bin ja in der Früh selber erst hierher gekommen und das funktioniert auch wirklich relativ gut. Andere Destinationen, die haben da ein Problem. Mir hat heute ein deutscher Tourist gesagt, dass ihre Freunde ganz woanders hinfliegen haben müssen und dann eine stundenlange Fahrt in Deutschland, Gott sei Dank, mit der Bahn und mit dem Bus gehabt haben. Aber sie sind alle froh, dass sie heil aus diesem Flammeninferno gekommen sind. Wie viele Österreicher sind noch auf Rotos geschätzt? Kann man momentan nicht sagen. Es gibt keine genauen Zahlen, denn es kommen ja immer wieder welche dazu. Das ist ja das, weil heute im Flieger waren es bei mir aus Salzburg nur insgesamt sieben Personen, aber es kommt ja auch ein Flieger aus Wien und es gibt viele, die jetzt auch noch herkommen, weil eben der Reiseveranstalter sagt, es gibt keine offizielle Reisewarnung. Aus dem Grund bekommen sie auch kein Geld zurück. Jetzt fahren sie trotzdem, so wie mir heute ein junger Herr erzählt hat, der mit seiner Freundin unterwegs war, der hat gesagt, wir würden zweieinhalbtausend Euro verlieren. Wir sind im Norden oben, wir sind sehr sicher dort oben und wir haben gesagt, bevor wir das Geld verlieren, fliegen wir trotzdem hierher auf Urlaub. Also sechs Wagemutige sind heute mit dir nach Rodos geflogen, sechs in einer riesigen Auer-Maschine mit fast 300 Plätzen, muss man dazu sagen. Die Bilder der Auer sind ja gespenstisch, wir haben sie den ganzen Tag gesehen. Ist die Zahl, die wir so hören, dass so zwischen 400 und 800 Österreicher möglicherweise sich noch auf Rodos befinden und auf die Evakuierung warten, ist das realistisch? Glaube ich nicht. Ich glaube, es sind deutlich weniger, die noch hier sind und nach Hause wollen. Es gibt natürlich sicherlich auch welche, auch bei den Deutschen ist mir das aufgefallen, die noch hier bleiben wollen und sagen, nein, ich helfe jetzt mit den Menschen hier und wenn ich schon 14 Tage gebucht habe, dann ist mir das egal, dann bleibe ich halt noch diese Woche, die ich eigentlich noch Urlaub habe, um den Menschen hier zu helfen. Aber diejenigen, die evakuiert werden wollen, sind deiner Meinung nach größtenteils evakuiert worden? Absolut, das bin ich mir ziemlich sicher, dass die, die evakuiert werden wollten, dass die schon entweder außer Landes sind oder in den nächsten Stunden beziehungsweise Tagen sicherlich einen Rückflug kriegen. Gut, das war Mike Vogel live aus Rodos, aus dieser Feuerhölle. Man könnte sagen, ein Reporter für alle Fälle, wo es brennt. In diesem Falle leider tragischerweise genau dort, wo es wirklich brennt. Mike, alles Gute für die nächsten Tage. Sie sehen Mike Vogel morgen wieder den ganzen Tag auf OE24 TV mit seinen Live-Reportagen aus Rodos. Danke, Mike. Und jetzt kurze Werbepause und dann wechseln wir von der Insel Rodos auf die Insel Ibiza. Und damit zum legendären Ibiza-Video, das vor vier Jahren die Republik gesprengt hat. Und dazu einer der Hauptdarsteller bei mir im Studio, nämlich Johann Gudenus mit seinem neuen Leben, vielleicht seinem Wunsch nach einer Rückkehr in die Politik, seiner Einschätzung der FPÖ als neuer Kanzlerpartei und wie er die politische Zukunft von Österreich sieht. Gleich bei uns, der Held von Ibiza. Ha, ha, ha. Und der Anführungszeichen natürlich Johann Gudenus bei Fellner Live.